Geh weg! Was du willst? Hör auf mit den Kameras, du filmst die frohe Grimory! Was soll das? Gib's auf die Fresse, gib's auf die Visas, mach die Kameraausnahme! Am Wochenende, ich hab zwei Tore gemacht. Zwei wunderschöne Tore in die Bundesliga. Was, gegen Hamburg? No, da war keine andere Mannschaft auf dem Platz. Da waren nur wir alleine. Da war nix. Diese Hamburg, die ist wirklich eine große Katastrophe. Die haben rausgeworfen die Brüchhagen und dann haben auch rausgeworfen die Tod. Und jetzt ist der ganze Klub tot. Ist mausetod. Die Fisch, die riecht immer mit dem Kopf. Aber die Fisch Hamburg, die hat gar keinen Kopf. Die ist nur stinkt. Ganz ehrlich, HSV, diese Klub, die muss absteigen. Die muss gehen in die zweite Liga, weil die infizieren keine Bundesliga mit ihrem Kackfußball. Wie es unmöglich ist das? HSV, Hamburger Sportvirus. Dagegen hilft doch kein Zäpfchen. Dagegen hilft gar nix. Wenn Frank Grimory sieht diese Bundesliga, ich will sofort einen neuen Vertrag bei den Bayern. Ich werde bald 35. Aber auch mit 65, ich kann in dieser Liga noch spielen. Da bin ich immer noch die Aggressive, immer noch die Penetrante, immer noch die Schnelle. Mit dritten Zähnen, aber egal. Ganz ehrlich, die stärkste Konkurrent in der Liga von den Klub Bayern, das ist nicht dieser Schade 04 oder dieser Leberkuchen oder dieser Borussia Sportbund. Die stärkste Konkurrent von den Bayern, das ist im Training unsere B-Mannschaft. Sogar die Traditionsmannschaft von den Klub Bayern mit Kalle Rummenigge und Kai Pflaume in die Mittelfeld ist stärker, ist besser als alles andere in dieser Kackliga. Diese Bundesliga, das ist wirklich eine große Katastrophe. Überleg, vielleicht nächste Wochenende, wir werden schon Deutsche Meister mit den Klub Bayern. Überleg mal, im März, Deutsche Meister, da machen wir Auto Corso mit den Cabrios draußen und von oben kommt die Schnee. Bescheuert. Yes, wir spielen in Champions League, wir spielen gegen Beziktas mit den Klub Bayern. Und da gibt es für die Gegner, gibt es auf die Fresse, gibt es wieder auf die Visage, wer macht kaputt? Wen hinspielen wir machen? Wir fliegen in die Türkei nicht mit Lufthansa, wir fliegen mit türkischer Fluggesellschaft. Wir fliegen mit Dönerhebap. Was? Ah, doch nicht, wir fliegen mit Erdogan. Was ist der Unterschied zwischen einer Türkei und einer Bayern? Wenn die Türkei spricht Deutsch, ich kann besser verstehen. Neulich, mon ami aus Marseille hat gesagt, wieso, Frank, wieso hat Ahmed kein Schachbrett? Und ich hab gesagt, weil Arafat kein Fahrrad hat. Aber genug mit schlechten Witzen. Paske, ich muss jetzt in die Champions League, spiele für die Klub Bayern und ich muss mich konzentrieren. Also, wir sehen uns. Au revoir. Konzentrier, konzentrier, konzentrier. Matze Knoops neue Tournee Diagnose Dicke Hose. Mit dem Kult Kaiser, Kult Klopp und vielen mehr. Tickets, Tourdaten und alle Infos auf matzeknop.de. BR 2018